Ja, einen wunderschönen hier auf der Mischermap. Ich habe ein bisschen gespult. Habe auch ein Feld gepachtet, tatsächlich. Das ist auch schon erntereif. Ich habe ein bisschen zu nah an der Wand gepackt, eventuell. Zu dem fahren wir jetzt auch gleich direkt mal. Zu dem Feld, was ich gepachtet habe. Weil, wie gesagt, erntereif. Habe natürlich wieder Mods mit draufgenommen. Kleine Lampen, die... Oder Lampen, die seht ihr hier vorne am Tor. Als Begrenzung für abends mal. Damit man sieht, ey, Moment, da ist die Einfahrt zu Ende. Habe auch einen kleinen Rinderstein mit draufgenommen. Den ich persönlich cool finde. Betonung geht auf klein. Platz für 15 Tiere. Ah, das ist nicht die Welt, das wissen wir alle. 15 Tiere sind nicht die Welt. Wir beginnen jetzt nur das fröhliche Klappen. Weil gerade mit dem Klappschneidwerk, das dauert ja doch ein wenig. Ich habe Reha auch aktualisiert, heißt, wir haben, was hat jetzt von Reha. Aber ehrliche Antwort, mich stört das nicht die Bohne. Was ich jetzt nicht weiß, Frandale kann man ausmachen. Ja. Strohablage ist da. Das ist wunder gut. Wunder gut. Voll das Deutsch. Wir brauchen ja im Endeffekt so oder so Stroh. Ich habe die Ballen, die ich für Wiesel 1,4 gepresst habe, immer noch da hinten rumliegen. Ich habe die immer noch nicht in den Global Market reingeschmissen. Schande über mein Haupt. Schande über mein Haupt. Unsere Grasfelder sind auch soweit. Die werden wir also als nächstes abdrechen. Gehe ich ganz, 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 ganz stark von aus. Aus dem Zwecke werde ich mir aber noch was mieten müssen. Da habe ich was reingenommen, was kleines, feines. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mir sehr gefallen, das Teil. Ich mache das jetzt hier anders. Ich mache das jetzt hier anders. Dann können wir nämlich ein bisschen Vorbereitungen machen. Eventuell direkt nebenbei pressen. Dann lasse ich das ganze Curveball mal machen. Kurs Generierung. Feld 10. Vorgelände machst du mir 3. Machst du mir scharf. Machst du mir auf 7 Meter. Gib ihm. Ja gut, er nutzt den ganzen Platz halt jetzt idealer aus, wie ich. Aber so wirklich, was da hinten rausfallen sollte, jetzt nicht. Weil ich muss, wie gesagt, ich habe noch ein paar Mal drum reingenommen. Muss jetzt nebenbei so ein bisschen vorbereiten fürs Pressen. Aua. Aua. Ich höre dich doch. Wo ist denn jetzt der Puma? Puma. 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 Die Ballenlager werden wir bei Zeiten auch austauschen. Ich habe andere mit reingenommen. Mit einer Halle. Also ist eine Halle drüber. Fand ich persönlich jetzt schöner. Muss ich ehrlicherweise zugeben. Weil die dann eben auch ein bisschen geschützter stehen. Ja, manuelles Ankuppeln ist rausgeflogen. Hatte ich keinen Bock mehr drauf. Sag ich euch so, wie es ist. Und ich finde... Bäh. Manuelles Ankuppeln ist eine schöne Sache. Ist aber hier und da fehlerbehaftet. Oder was jetzt Fehler. Funktioniert dann nicht richtig mit gewissen Mods. Und, und, und. Eigentlich könnte ich... Könnte ich auch eben hoch zum Händler fahren. Weil ich will auch ein paar Sachen verkaufen. Weil ich sie echt nicht mehr brauche. Heute mehr oder weniger eine Verkaufsfolge. Alter, Umstrukturierungsfolge. Sagen wir es so. Ist ja keine richtige Verkaufsfolge. Ist ja mehr eine Umstrukturierungsfolge. Die stationäre Ballenpresse. Habe ich rausgeworfen. Die funktioniert bei mir so semi gut. Aber was heißt so semi gut? Funktionieren tut die eigentlich top. Aber irgendwas ist mit dem Ding. Dass der mir nonstop Updates anzeigt. Und den Server von dem Wochenendprojekt auch immer wieder zum Abstürzen gebracht hat. Daraufhin ist sie rausgeflogen. Habe aber natürlich hier und da neue Sachen reingekommen. Was denke ich mal klar ist. Ja, ich bin sowieso mal gespannt. Ist ja die Montagsfolge hier. Wie das Wochenendprojekt bei euch ankommt. Ich hoffe natürlich. Ja, gut. Wenn ihr Projekte auf größerer Karte sehen wollt. Müsst ihr mal rüber gehen zu Wiesel. Der spielt die NF Marsch. Die vierfach. Die mir persönlich ehrlich gesagt für Singleplayer zu groß ist. Selbst mit Curseplay. Na, was ist denn heute los? Gut, dass ich schon in der größten Ordnung bin, wo sich kein Schwein dafür interessiert. Gucken. Vielleicht kann man den Ladewagen mit runternehmen. Wäre ja geil, wenn man den schon mit runternehmen kann. Das wäre ja... Ja, ich fange mit einem kleinen Ladewagen an. 18.000 Liter an der Zahl. Weil unsere Fahrstrecken sind nicht die weitesten. Aber das finde ich genial mit den Zwillingen, dass er schön stabil steht. Ist mit... Mach ich persönlich jetzt auch wegen Reha. Sag ich euch so, wie es ist. Ja, dann sagt er nicht ganz so weit ein. Ich meine, Leistung wird hier nicht wirklich benötigt. 70 PS. Wir holen das Ding jetzt mit 300 ab. So rein theoretisch wäre jetzt der Rinderstall auch schon drin. Den könnte ich mir jetzt direkt holen. Aber wir brauchen auch noch andere Sachen. Ist ja nicht so, als wäre es jetzt der Rinderstall noch und gut ist. Ich brauche einen Stroh-Häckselwagen. Also einen Einstreuwagen. Brauche ich definitiv noch. Ich will ja eine Mischfutteranlage hinstellen. Ich will ja wirklich eine Anlage hinstellen. Das Problem, was ich mit dem Footer-Pack habe, ich nenne es jetzt wirklich Problem, ist Diesel. Jetzt kommt der Clou. Diesel per Fass einfüllen geht bei mir nicht. Schlicht und ergreifend. Ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung. Aber ich kann den Diesel über Global Company kaufen. Habe ich natürlich auch gemacht. Steht ja außer Frage. Bei der Heutrocknung jetzt zum Beispiel. Habe ich gemacht. Weil andere Wahl habe ich hier so oder so nicht. Ich brauche den Diesel für die Anlage. Und da blieb mir halt auch einfach nichts anderes übrig. Wie den zu kaufen. Ähm. Habe ich also dann auch gemacht. Heißt die Anlage ist an für sich bereit. Ja, 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 ja. Toll. Die Anlage ist an für sich bereit. Brauche ich nur Zeug reinwerfen und Gutes. So, jetzt ist die Frage. Benutze ich die Mischfutteranlage auch aus dem Pack? Und schlag mich da auch wieder mit dem Diesel rum? Weil die Anlagen werden aus dem Pack alle mit Diesel befeuert. Beton wirklich auf alle. Ähm. Oder nehme ich eine andere. Wo ich vielleicht keinen Diesel brauche. Wo ich vielleicht kein Theater mit habe. Ist natürlich alles die Frage. Ähm. Ich weiß, es gibt wirklich schöne schöne Anlagen. Die auch unter anderem dann mit Graf funktionieren. Was natürlich auch eine feine Nummer wäre. Dann hätte ich das Heu komplett zur Verfügung für die Schafe. Was natürlich jetzt auf der anderen Seite blöd ist. dass ich keine Möglichkeit habe, dieses Heu noch zu pressen. Das ist eine Sache, die mich dann doch wiederum ein bisschen stört. Ich meine, was heißt keine Möglichkeiten? Natürlich habe ich Möglichkeiten. Ich könnte das auch einfach irgendwo schön langziehen und mit der Presse drüberjagen. Könnte ich natürlich auch. Jetzt zu meiner Idee dahingehend. Und ich weiß, dass das vielen wahrscheinlich so semi passen wird. Mir persönlich nämlich auch nur so semi. Ähm. Global Company. Über Global Company loses Material einfüllen und als Ballen ausgeben lassen. Ist zwar ein Mehraufwand, würde ich aber machen. Würde ich aber zwischen den Folgen machen. Muss ich auch ganz klar sagen. Einfach aus dem Grunde, dass es sonst zu öde wird, sage ich mal. Wenn ich da zehn Minuten lang mit Beinen hin und her koschiere. Das ist zu öde. Sag ich so, wie es ist. das würde ich mir persönlich nicht anschauen. Jetzt muss ich mir gerade schinche mir mal gerade einen Kaffee ein. Ich bemerke, dass die Banshee Frucht Kaffee einschütten, lenken beim Bein und, äh, ja. Wenn meine Freundin jetzt reingekommen, die hätte sich wahrscheinlich beömmelt. Die hätte sich jetzt wahrscheinlich beömmelt vor Lachen. Also, Curseplay ist am Start, hier auch hier auf der kleinen Map. Habe ich zuerst überlegt, ob ich nicht mache, aber gerade für solche Fälle ist das ganz praktisch. Muss ich dann doch gestehen. Ich meine, ich weiß sowieso nicht, ich werde die Strohballen bis nach der Grasernte liegen lassen. Ich hoffe, dass mir das nicht zu verhängen wird. Sag ich so, wie es ist. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass mir das ziemlich schnell zu verhängen werden kann. Weil das Stroh, das verrottet ja auch, wenn es nass wirkt. Also hoffe ich jetzt einfach, dass es ein paar Tage trocken bleibt. Zum weiteren werde ich natürlich die Felder hier wieder vorbereiten. Ganz klare Sache. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Pacht läuft. muss ich ganz ganz ehrlich gestehen. Ich habe da keine Ahnung, steht das irgendwo? Feld 10. Ja, ich könnte die Pacht auflösen. Hier haben gekaufte Felder, ja, Pacht am Tag 414 Ocken. Nach dem gewissen, nach dem Startwert natürlich, weil die Ernte, die hier drauf war, die haben wir auch bezahlt, im Endeffekt. in der Pacht. Auf dem Grund können wir das auch voll nutzen. Ist auch mein Plan, es voll zu nutzen. das ist wahrscheinlich gerade so ein bisschen dumm, was ich mache, ist Vorgewende fahren, wenn der nach eine lange Bahn fährt. Aber na ja, sei es drum. Einsammeln werde ich wahrscheinlich mit dem Anderson Group. mit dem Anderson Group, mit dem Anderson Group, mit dem kleinen davon. da hätte ich aber eigentlich gerne schon das andere Lager stehen. Meine Problematik ist, auf dem einen Grasfeld will ich ja bauen, aber da steht noch die Ernte drauf. Heißt, darauf stellen, ist jetzt gerade so semi-produktiv, weil es ist erntereif. normalerweise hätte ich da auch anfangen sollen. Ich komme jetzt. Normalerweise hätte ich da auch anfangen sollen, weil hier kommt ja nicht wirklich was runter. Also hier kommt wirklich nicht viel runter. dann mal den Leerlauf mal rein. Komm, klappt das scheiß Rohr auf. Muss ich unbedingt mal umstellen. Mach ich gleich auch mal. Ich wusste nämlich. Als hätte ich es geahnt, das tut es so gerade. Wie war da? Einstellungen. Wendemanöver ist mir egal, welches du benutzt. Blablabla blablabla Auto-Joyce ist nicht genutzt, das ist klar. Wo waren das jetzt mit dem Rohr? Ladekurs, Feldautomatisch, Kirstowler-Work-Area, was auch immer. Nein, nein, nein. Das war doch hier irgendwo. Spurreißer, Düngefunktion. Am Startpunkt beenden, Tool anheben, abzusenken, Pressure selbst abtanken, Rohr immer auswählen. Strohablage im Vorgewände, macht er trotzdem. Selbst wenn ich es nicht möchte, macht er natürlich trotzdem. So ist es ja nicht. Ja, ich denke, ich werde zwischen den Folgen das Feld hier fertig machen. Rüber aufs Grasfeld fahren. Ja, es ist echt die Frage, wie mache ich das mit der Dingensil-Produktion? mit der Milchfutteranlage. Ja, ich glaube, ich werde die vom Tierfutterpack stellen. Die ist zwar größer und sperriger und allem, aber die gefällt mir an und für sich ganz gut. Wenn ich jetzt mal Dreieck vorne drauf mache. Mal schön erstmal, ich meine, das kommt dem Ballen echt nicht gut, was ich hier gerade tue. Kommt. Ja, schneller brauche ich eigentlich nicht fahren. Eigentlich. Schneller brauche ich eigentlich nicht fahren. Wie gesagt, ich werde das Feld hier Ende machen. die Ballen werden wir aber zusammen einsammeln, wenn ich das Gras durch habe. Weil das Gras ist gerade potenziell etwas wichtiger für uns wie die Strohballen. Ich sage, ich hätte eigentlich mit dem Gras anfangen müssen. Aber jetzt ist es auch zu spät. Jetzt sind wir dabei, jetzt sind wir dabei, Gerste zu brechen. Ja, unsere Sojas sind noch nicht ganz reif. Da seht ihr die Fahrgassen. Hier in dem Feld natürlich nicht, weil das habe ich nicht fertig behandelt. Also es ist null gedüngt. Leider null gedüngt. Ja, Rinder werden wir auch sehen. Wie gesagt, ich habe einen kleinen, schönen Stall drauf oder drauf gemacht. werden wir sehen. Weil 15 Tiere reicht mir, ganz ehrlich. Da werden wir aber dann sehen, wie es läuft mit dem Stall. Wie es läuft mit den Rindern, weil ich denke mal, vier Kühe und einen Bullen dabei. Und der Rest soll sich dann von alleine auffüllen. Cosplay. Ist das jetzt dein Ernst? Haben wir hier schon? Jo, hier liegt schon ein Ball. Den wird der jetzt wegschieben. Seiten, ich kriege ihn vorher noch. Weil sind wir ehrlich drin, mit dem Drescher oder mit dem Schneidwerk in den Ballen fahren, ist nicht gesund für den Ballen. Zum Ersten. Und ich glaube für das Schneidwerk auch nicht so ganz. Normalerweise bräuchte ich jetzt einen Frontlader eben. Lass dich wegschieben, lass dich wegschieben. Nein. Nein. Und ein Gart. Okay. Wie gesagt, ich mache jetzt hier fertig. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.